Es handelt sich um ein Geschenk an den Kanton Uri in Form einer integrierten Unternehmenskommunikation, die sich an modernen Campaigning-Grundsätzen orientiert. Ziel ist eine aktive Teilnahme der Bevölkerung am Jubiläum der einzigen Bank, die Ihnen allen gehört. Die UKB-Kampagne orientiert sich sehr stark von Ihnen nach Hause. Es war uns wichtig, dass die UKB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich von Anfang an weg als Botschafter in dieser Kampagne involviert sind. Dann haben wir sehr stark darauf geachtet, dass wir die UKB-Werte, aber auch die Identität des Kanton Uri in dieser Kampagne sichtbar und spürbar machen. Das Team ist sehr interdisziplinär vorgegangen, hat sehr gut zusammengearbeitet und hat natürlich auch seitens der Bankleitung sehr viele Freiheiten genossen. Und wahrscheinlich das wichtigste Schlüsselelement ist die Urner Bevölkerung, die die Massnahmen mit grosser Begeisterung mitgebracht hat. Einerseits der Stolz der Urnerinnen und Urner auf Ihre Bank und Ihres Uri. Und die vielen Liebeserklärungen aus unserer Teaser-Kampagne, die man hier auf dem Bänkli sieht. Wie zum Beispiel Uri – Einfach Perfekt. Bänkli, was es bald im ganzen Kanton zu sehen gibt. Andererseits das grosse Interesse an unserer Mitmach-Kampagne und die 76 online eingereichten Projekte. Projekte, die bald im ganzen Kanton realisiert werden können, dank der UKB. Und so in der ganzen Bevölkerung zu gut kommen. Und nicht zuletzt unsere Mitarbeitenden, die unsere Werte und Botschaften nach aussen tragen und so spürbar und sichtbar machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017